Musik Vor den Ruhl und Garnabas sind ja noch zwei Runde zu gehen, also mal schauen. Ist es Lennens oder ist es Martin Swolinski hinein in die letzte Runde? Virego ist der Gewinner des McDonalds Supercups hier in Kloppenburg. Also Virego gewinnt vor den Polen Gala. Und dritter, damit auf dem Siegertreppchen, vertrete der Mann vom MSG Kloppenburg, Redi Dennings, Wir sind auf dem 4. Platz beim McDonald's Supercup, das ist Martin Smolinski und ich frage euch hier im Riesenowal, Kloppenburg, wie hat euch die Night of the Fights gefallert? Macht mal die Hände da oben für unsere Local Heroes hier vom MS Team Kloppenburg, eine Riesenleistung an Dennis, an Fienhage und natürlich an Martin Smolinski, an Kai Hundenbecker. Also das war ein Riesending hier heute Abend und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen vielleicht noch nichts echter vorbeischaut oder nächstes Jahr, hälfte Jahr, Night of the Fights hier in Kloppenburg, ich fand es sensationell.